Aber brauchen wir jetzt eigentlich einen Deutschen dazu, der uns das jetzt sagt? Ja, wir haben ja vor 80 Jahren auch einen Österreicher gebraucht, der uns gesagt hat, wo es lang geht. Das war auch ein Künstler, auch ein unseriöser Typ. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt kommt mal ein Deutscher nach Österreich über die Grenze und sagt mal hier, was Sache ist.